Die steckt fest. Geht nicht. Was nun? Wie kriege ich sie jetzt raus, ohne sie kaputt zu machen? Irgendwie muss das gehen. Ich bind dich hier an und du ziehst von der Seite. Wenn die Säge kaputt geht, war's das mit dem Beladen. Ich will sagen, wir kriegen sie schon raus.